Aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 15 bis 18 Naumi sagte zu Ruth, schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortete, schick mich nicht fort, ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will, nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Naumi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. Ruth, Kapitel 1, Vers 15 bis 18 In der Übersetzung der Basisbibel der Deutschen Bibelgesellschaft Gelesen von Helga Heinold Was war das bei der phi Von Du in der Übersetzung der Basisbüriere, der